Das Wasser vor Floridas Küsten sieht aus wie von Blut getränkt. Die sogenannte Rote Flut entsteht durch die explosionsartige Ausbreitung von Einzellern. Konkret handelt es sich um eine intensive Algenblüte mit dramatischen Folgen. Mehr als 100 Tonnen toter Lebewesen wurden allein schon im August an die Strände gespült. Die unzähligen Opfer, Delfine, Fische, Meeresschildkröten, Seekühe und viele weitere große und kleine Meeresbewohner. Aber auch Menschen sind bedroht. Wie dramatisch die Lage vor Ort wirklich ist, wie die Helfer mit der Situation umgehen und warum wir Menschen Schuld an der Katastrophe haben, das alles jetzt bei Clixoom Science & Fiction. Herzlich Willkommen. Und am Ende kündige ich noch eine ziemlich gute geile Aktion an, hoffe ich doch zumindest. Das Ganze macht einen körperlich und seelisch fertig, sagt eine der Helferin Gretchen Lovewell vor Ort. Sie arbeitet für das wissenschaftliche Meeresinstitut Mote Marine Laboratory in Florida und sammelt mittlerweile schon seit Wochen Tag für Tag die Toten und Halbtoten Tiere an den Stränden Floridas ein. Hier stinkt es bestialisch. Kein Wunder in dieser Todeszone. Das, was hier passiert, ist nicht weniger als ein wirklich dramatisches Massensterben. Fischkadaver über Fischkadaver und statt blauem Wasser vor malerischen Stränden hat sich das Meer hier in eine grün-rötliche Brühe verwandelt. Vor einiger Zeit waren die Strände hier noch malerisch und gehörten mit den zu den beliebtesten Urlaubsregionen der Welt. Davon ist hier jetzt überhaupt nichts mehr zu spüren. Verendet sind die Tiere alle durch die sogenannte Rote Tide oder auch Rote Flut genannt. Ausgelöst durch eine sehr intensive Algenblüte, die den Sauerstoffgehalt im Wasser senkt und zudem auch noch Giftstoffe produziert. Unter den Opfern sind auch schon mehr als zwölf Delfine. So viele tote Tiere werden sonst in einem ganzen Jahr an den Stränden in der Region aufgefunden. Die Anfänge der Roten Flut fanden schon im vergangenen Oktober statt. Jetzt hat sich die Algenblüte massiv ausgeweitet. Forschungsteams haben das Massensterben vor allem an der Westküste von Florida registriert. Die Rote Flut erstreckt sich hier mehr als 320 Kilometer an der Küste entlang, von Tampa bis Naples. Konkret werden die Einzeller namens Karenia brevis und die Augentierchen Euglena sanguinea für das Massensterben verantwortlich gemacht. Die Einzeller schwimmen gegen die Schwerkraft zum Licht hin und können eine Geschwindigkeit von 1 Meter pro Stunde erreichen. Sie greifen extrem in das Ökosystem ein, verfärben das Wasser rot und produzieren eine Reihe von Giften. Diese sogenannten Brevetoxine sind giftige Stoffwechselprodukte der Algen. Das Problem, sie können sich innerhalb der Nahrungskette anreichern. Das heißt, sie werden immer mehr. Von toxinbelasteten Fischen, Muscheln und Krebsen kann das Gift dann auch zum Menschen gelangen. Bei uns wird solch eine Vergiftung Neuro-Toxic-Shellfish-Poisling-NSP bezeichnet. Die Patienten und Patientinnen leiden an Husten, Kopfschmerzen und tränenden Augen. Die Vergiftung gilt zudem als Auslöser für Asthma. Medien in der Region berichten bereits von Vorfällen. Und es gibt Warnhinweise, den Kontakt mit den Algen und dem Wasser unbedingt zu vermeiden. Die Meeresbewohner dagegen sind dem Gift schutzlos ausgeliefert. Das Fatale. Die Tiere nehmen das Gift nicht nur über die Nahrung, sondern auch über die Haut auf. Es führt zu Koordinationsproblemen, Orientierungslosigkeit und Krämpfen und am Schluss spätestens durch den Sauerstoffmangel zum Tod. Zu der Giftwirkung führt die Dichte an, Pythoplankton an der Wasseroberfläche, zudem auch zu eben dem verminderten Sauerstoffgehalt. Und dadurch wird das Massensterben weiter begünstigt, die Tiere ersticken qualvoll. Das Phänomen der Roten Flut ist übrigens nicht neu, im Gegenteil, es handelt sich um ein uraltes Naturphänomen. Die Einzelnen kommen das ganze Jahr über in den Gewässern vor und die Algen blühen regelmäßig. Es gibt Theorien, nach denen das Rote Meer nach genau diesem Phänomen benannt ist. Die US-Regierung hat die erste Red Tide an Floridas Küsten im Jahr 1840 offiziell dokumentiert. Doch die Ausmaße der gefährlichen Algenblüte werden immer extremer. Das Hauptproblem sind zu viele Nährstoffe, die vor allem durch die Menschen ins Wasser gelangen. Diese lassen die Algen schnell wachsen und große Bestände aufbauen. Experten und Expertinnen zufolge liegt der Ursprung des Übels etwas weiter nordwestlich der aktuell betroffenen Regionen. Durch die Überdüngung des Mississippi gelangen zu viele Nährstoffe in den Golf von Mexiko. Doch man muss auch gar nicht so weit gucken, um ähnliche Prozesse zu finden. Auch in europäischen Gewässern, wie beispielsweise in großen Teilen der Ostsee, fehlt in den tieferen Wasserschichten der Sauerstoff. Der Gouverneur von Florida hat jedenfalls den Notstand für sieben Counties ausgerufen und mehr als 1,5 Millionen US-Dollar für ein Hilfsprogramm versprochen. Für die Bewohner und Bewohnerinnen bleibt nicht mehr als aufzuräumen und zu hoffen, dass die Rote Flut bald beendet ist. Langfristig gesehen sind Politik und Landwirtschaft gefragt. Der Einsatz von Dünger muss stark reduziert werden, um neue todesbringende Fluten in der Zukunft zu verhindern. Und jetzt in eigener Sache. Wir machen Klickzoom werbefrei, keine Pre-Rolls mehr und ihr könnt das, naja, fast unmögliche möglich machen. Denn ohne euch geht es nicht. Immer wenn wir entsprechend viele Kanalmitglieder gewonnen haben, schalten wir die Werbung vor jeweils einem Video im Monat ab, bis es vor keinem Video mehr Werbung gibt, wenn das nicht sensationell ist. Werdet also Mitglied hier unter dem Video oder auf dem Kanal und bekommt noch exklusive Extra-Videos, exklusive Livestreams und noch ein paar weitere Privilegien. Einfach hier eben unter dem Video auf Mitglied werden klicken. Tausend Dank an diejenigen, die schon dabei sind, wenn ihr immer garantiert über aktuelle Videos informiert werden wollt, dann addet mich übrigens bei WhatsApp, dann umgeht ihr die bei einigen etwas unzuverlässige Abo-Box hier auf YouTube und ihr verpasst kein Video mehr. Einfach hier draufklicken und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. Riesenproblem Plastikmüll, auch im Meer was ganz Schlimmes, was hilft. Bis dann, bleibt dran.